Es ist geschafft, also ein riesen Respekt für alle, die ins Ziel laufen, egal was für eine Laufzeit, ob 1 Stunde 30 oder 5 Stunden oder noch länger. Es ist also wirklich eine riesen Herausforderung, der Marathon. Es ist ein riesen Erlebnis, der Marathon. Eine wunderschöne Landschaft, ich kann es jedem empfehlen, hier mitzumachen. Unterwegs erlebt man es sehr viel, von den Aufstieg über die Landschaft, über Mitstreiter, einen kurzen Schwarz über den Wachs oder einen kurzen Schwarz über Getränke. Es ist wirklich ein riesen Erlebnis, das ich allen empfehlen kann.